So, jetzt beginnt die Fütterung der Raubtiere für die Kitty. Oder möchtest du auch schon was, Benni? Hm, komm, ich stelle sie runter. Komm, komm. Das ist einfach der Kitty am Platz. Okay, Kitty hast recht gehabt. Ich gebe dir woanders was, Kitty, komm. Kitty, Kitty, komm her, Kitty. Na komm, Kitty, komm. Fein, komm her. So, guten Appetit, liebe Kitty. Guten Appetit, lieber Benni. Und dann holen wir noch ein Läpfchen für die liebe Paula. Wo bist du denn, Paula? Müssen wir erst suchen. Da ist die Paula. Hallo, Schatzi. Wo bist du denn heute Morgen? Guck, 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 wo ist die Mama, die hat ein feines Läckerli für die Paula, mein Schatzilein. Gell? Also, dann lasst es euch gut schmecken. Guten Appetit. Na, so. Haben wir mal ordentlich Appetit, die drei, gell? So soll's ja auch sein. Also, tschüss. Bis später mal wieder, ihr Lieben.